Hi, hier ist wieder Chris mit einem weiteren Tutorial für euch und zwar im Bereich Excel. An diesem Tutorial zeige ich euch mal die Funktion Filter. Ich persönlich finde die absolut cool. Damit könnt ihr wirklich Daten filtern anhand von bestimmten Suchkriterien. Und es muss ja nicht nur eine einzige Suchkriterie sein, sondern ihr könnt ja auch mehrere nehmen. Und wie das funktioniert, zeige ich an einem einfachen Beispiel. Ich habe eine ganz simple Tabelle aufgebaut, also wirklich super simpel ausgedachte Namen. Ja, auch Abteilung, ja einfach nur ein paar verschiedene. Und anstelle von dem Alter würde man normalerweise ja auch das Geburtsdatum nehmen. Aber ich habe einfach mal Zahlen genommen, weil ich das ebenfalls gleich mal filtern möchte. Wir werden jetzt einfach mal die Funktion Filter anwenden. Ich mache das einfach mal hier in Zelle G2. Ich klicke hier rein, schreibe ein Gleichheitszeichen und schreibe mal Filter, Klammer auf. Und dann werden wir schon gefragt nach einer Matrix. Die Matrix ist natürlich alles, was Sie ausgeben wollen. Also der Bereich, der die Daten beinhaltet, die wir ausgeben wollen. Und das ist in meinem Fall hier dieser Bereich. Ich gebe dann wieder ein Semikolon ein und dann kommt der zweite Parameter Einschließen. Mit Einschließen können wir den Bereich aufziehen, wo wir unsere Daten rausziehen wollen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal den Bereich Abteilung, wo wir zum Beispiel anhand von dem Abteilungsnamen einfach unsere Daten filtern. Beispielsweise nur Abteilung IT oder nur Abteilung Versand. Das heißt, Einschließen beinhaltet diesen Bereich plus unser Kriterium. Das wäre jetzt zum Beispiel genau das, was wir herausfiltern wollen. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, weil ich jetzt einfach mal alles auflisten will, was mit der IT-Abteilung zu tun hat. Das heißt, nach dem Gleichheitszeichen in Anführungszeichen dann IT, wieder in Anführungszeichen und dann kommt wieder ein Semikolon. Der letzte Parameter in unserem Fall ist, was soll passieren, wenn kein Ergebnis zurückgeliefert wird. Ich sage dann einfach mal, kein Eintrag gefunden. Das heißt, wir können dann anschließend nach dem Semikolon in Anführungszeichen schreiben, kein Eintrag gefunden. Anführungszeichen oben, Klammer zu und wenn ich jetzt Enter drücke, zack, dann bekommen wir alles, was mit der IT-Abteilung zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel Versand oder Produktion haben will, ja dann kann ich das hier entsprechend eintragen. Ich schreibe mal Versand, drücke Enter und schon wird mir alles aufgelistet, was mit dem Versand zu tun hat. Jetzt ist das natürlich ein bisschen kompliziert, jedes Mal einzutragen, welche Abteilung man heraussuchen will. Also können wir das folgendermaßen machen. Anstelle von dem Eintrag hier, den wir hier haben, können wir auch eine Zelle benutzen. Das heißt, ich werde jetzt hier in Zelle H1 gleich genau das reinschreiben. Entweder IT, Versand, Produktion oder Vertrieb. Das heißt, statt gleich Versand, in Anführungszeichen, gebe ich einfach nur an gleich dieser Zelle hier. Ich nehme jetzt wie gesagt H1, zack, raufgeklickt. Ihr seht, hier steht H1 drin. Ich drücke jetzt Enter und wir sehen, kein Eintrag gefunden. Das hängt natürlich damit zusammen, weil wir hier in Zelle H1, ich schreibe mal kurz daneben, Abteilung, Doppelpunkt, weil hier nichts steht, schreibe ich jetzt hier IT rein, drücke Enter, wird das wieder eingetragen. Genauso mit Versand. Wenn ihr jetzt natürlich nicht immer händisch eintragen wollt, sondern lieber eine Liste haben wollt, dann könnt ihr ganz einfach auf Daten gehen. Dann seht ihr hier Datentools. Kann sein, dass es bei euch ein bisschen anders noch aussieht. Und hier gibt es einen Eintrag Datenüberprüfung. Da klicke ich einfach mal rauf. Und hier steht zum Beispiel bei der Einstellung jeden Wert. Das ist jetzt momentan so. Und wir wollen aber eine Liste. Und ich klicke hier mal auf Liste, kriege das dann zurück. Und die Quelle, das ist eigentlich ganz cool, die können wir jetzt auswählen. Das heißt, ich klicke hier auf dieses kleine Symbol hier, wähle mir einfach hier mal diesen ganzen Bereich raus. Doppelte werden dann halt auch ignoriert. Drücke Enter und kann jetzt schon auf OK klicken. Also hier steht dann halt nur ein Gleichheitszeichen mit absoluten Bezügen auf diesem Bereich, den wir gerade aufgezogen haben. Ich klicke auf OK und schon könnt ihr hier auch das auswählen, was sozusagen einmalig in dieser Spalte steht. Zwei Dinge habe ich noch für euch. Und zwar, wir werden jetzt noch mal eine zweite Bedingung mit einfügen und dann auch nur die Zeilen ausgeben, die wir auch haben wollen. Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ich werde jetzt einfach mal hier reinschreiben, zum Beispiel älter als, älter als, Doppelpunkt. Und hier können wir dann eine Zahl eintragen. Ich nehme einfach mal 25, drücke Enter und jetzt werden wir die Formel anpassen. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich klicke hier nochmal doppelt drauf. Ihr seht ja, dass wir hier unser Kriterium haben, wonach gesucht werden soll. Das heißt, das ist dieser Bereich hier und dann soll es halt dementsprechend, was in H1 steht. Um jetzt ein zweites Kriterium hinzuzufügen, müssen wir folgendes machen. Und zwar müssen wir diesen Bereich, also unser erstes Kriterium, einfach in Klammern setzen. Das mache ich mal eine geöffnete links, eine schließende rechts und dann das Ganze mal nehmen. Das ist in diesem Fall ein und-Operator. Ihr könntet auch ein plus nehmen. Wenn ihr plus nehmt, dann ist das ein oder-Operator. Also, wir wollen aber und benutzen, also werden wir jetzt nochmal in Klammern, die danach kommen, also öffnende und schließende Klammer. Und in diesem Bereich hier werden wir unsere zweite Bedingung eintragen. Hier wählen wir die Zelle aus, oder besser gesagt die Zellen aus, wo das Alter drinne steht. Das ist dieser Bereich hier. Und dann soll es ja dementsprechen, was wir in Zelle K1 eingetragen haben. Also ein Gleichheitszeichen danach und dann einfach auf diese Zelle geklickt. Wenn ich jetzt Enter drücke, ihr dürft ja nicht vergessen, wir hatten gerade zwei Einträge mit 35 oder um die 35. Achso, und ganz wichtig, wir wollen ja noch ein bisschen mehr haben. Wir wollen ja nicht genau den Eintrag haben, war jetzt mein Fehler. Und zwar, wir wollen ja älter als 25. Das heißt, das muss dann auch größer K1 sein. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch größer gleich schreiben, man müsste hier stehen, ab dem Alter zum Beispiel. Aber wir hatten ja hier eingetragen, älter als. Also das heißt, die Zahl, die hier drinne sein soll, muss dann größer als 25 sein. Ich drücke jetzt nochmal Enter oder letztendlich mal Enter. Und zack, wir bekommen folgendes raus. Klar, wir haben jetzt 36 und 35. Wenn ich jetzt sage, ich will älter als 35 und trage jetzt hier 35 zum Beispiel ein, zack, dann bekommen wir hier nur noch diesen Eintrag. Und das funktioniert jetzt, wie gesagt, über die ganze Liste hier hinweg. Nämlich zum Beispiel hier Vertrieb. Und älter als 24, zack, dann bekommen wir folgende Einträge. Jetzt habe ich euch ja versprochen, dass wir auch festlegen können, welche Spalten überhaupt ausgegeben werden sollen. Vielleicht brauchen wir ja nur die ID, den Nachnamen und das Alter. Vertrieb brauchen wir ja nicht, das steht ja hier oben. Theoretisch könnten wir das wegfallen lassen. Und den Vornamen lassen wir jetzt auch einfach mal weg. Das heißt, ich klicke doppelt drauf und benutze folgende Funktion. Und zwar nennt die sich Spaltenwahl. Das ist total cool. Das heißt, Spaltenwahl, die gibt uns genau die Spalten zurück aus einem Suchergebnis. Und zwar genau die Spalten, die wir eigentlich nur benötigen. Das heißt, nach dem Gleichheitszeichen schreibe ich mal Spaltenwahl, Spaltenwahl, könntest du auch hier auswählen und mit einer Tab-Taste dann eintragen lassen oder direkt händisch hier so eintragen. Klammer auf. Haben wir ja hier, ich werde auch gleich hier die schließende Klammer noch einsetzen, aber dazwischen, genau nach unserer Filterfunktion, nach der schließenden Klammer der Filterfunktion, da können wir jetzt eintragen, welche Spalten wir ausgeben wollen. Das heißt, ich gebe ein Semikolon dort ein, weil das ist unser erster Parameter. Also das ist der erste Parameter von Spaltenwahl, dieses Array. Und der nächste Parameter ist einfach das, was wir ausgeben wollen. Also das erste, was ich ausgeben will, ist meinetwegen die ID. Also gebe ich eine 1 ein, weil das ist aus diesem Bereich, den wir hier ausgeben, Spalte 1. Den Vornamen lasse ich weg, dann kommt der Nachname. Das heißt, ich gebe wieder ein Semikolon ein, trage dann eine 3 ein. 1, 2, 3. Abteilung brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir nochmal das Alter. Das ist dann 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also Semikolon 5 eingetragen. Wenn ich jetzt Enter drücke, zack, dann seht ihr, bekommen wir genau nur die 3 Spalten zurück. Also total coole Geschichte. Mir gefällt das. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mit dem Tutorial einigermaßen zurecht gekommen seid, dass es nicht zu komplex war. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei einem weiteren Tutorial dann wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.